Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine kleine Shopping-Ausbeute für euch, also ein ganz kunterbunter Haul. Und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen zu erfahren, was jetzt alles bei mir neu eingezogen ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Wie immer versuche ich euch auch alles in der Infobox zu verlinken. Schaut immer gerne mal rein, die ist immer relativ gut bestückt da. Da schreibe ich halt auch nochmal die jeweiligen Rabattcodes und so hin, sofern es welche gibt. Bei vielen dieser Shops habe ich nämlich welche. Ich habe einiges zugeschickt bekommen, aber auch allerhand selber bestellt. Aber ich starte erst mal mit den Dalton-Produkten, die ich als Nachschub bestellt habe, aber auch tatsächlich welche, die ganz ganz neu sind. Also ganz aufregend. Da habe ich nämlich jetzt gerade den Code BEAUTYCLAUDI. Da könnt ihr 20% Rabatt bekommen auf die ganzen Produkte, auf die Sets und so. Richtig, richtig, richtig cool. Und da läuft auch gerade die Dalton Week und heute ist Samstag. Da müsste das Video von der lieben Nathalie, Nathalie Nordbeauty, zu der Rosazea Haut online kommen. Und ich habe euch hier auch nochmal aufgeführt, wieso die Verteilung aussieht. Denn es haben sich diese Woche sieben Mädels zusammengetan und stellen euch dann jeden Tag einen neuen Hauttypen vor. Und die fünf Top-No-Brainer-Produkte, die halt einfach dafür von Dalton geeignet sein könnten, für euch auch gegebenenfalls funktionieren könnten. Ich war am Montag dran mit der sensiblen Haut und da ging das Ganze so weiter. Also schaut gerne mal bei meinen Kolleginnen vorbei. Ich weiß nicht, ob ich noch in der Infobox Platz habe, um sie alle zu verlinken, weil ich will die Produkte verlinken. Ich will euch Sachen zur Verlosung verlinken. Die Namen verlinken? Mal gucken. Da kriege ich schon noch Platz. Ja, das kriege ich hin. Und ich starte jetzt auch direkt mal mit den Produkten, die ich mir bei Dalton bestellt habe. Viele davon als Nachschub. Also wir haben immer noch Sommer, ne? Das heißt, ich liebe nach wie vor die Aftersun Body Lotion. Die ist bei mir auch rege im Einsatz. Die ist gerade erst leer gegangen. Und ich finde, das ist einfach die Top Body Lotion, die es bei Dalton gibt. Ich finde sie klasse. Ich verwende sie gerne. Und deswegen musste ich ein Backup haben. Beziehungsweise die wird jetzt auch wieder in Anwendung genommen. Wenn die, die ich jetzt gerade wieder geöffnet habe, leer ist, wird die in Anwendung genommen. Dann habe ich mir auch noch den Lichtschutzfaktor 30 bestellt. Ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr guter, nicht klebriger, aber trotzdem relativ pflegender Lichtschutzfaktor. Und ich verwende auch morgens immer noch, natürlich, also eigentlich ganzjährig, im Gesicht den 50er. Und am Körper halt einen 30er. Und da habe ich jetzt diesen hier. Und brauche, also ich brauche Nachschub. Also deswegen habe ich mir den nachbestellt. Das habe ich aktuell in Anwendung und habe es aber bald leer. Und das ist das hautberuhigende Gesichtswasser, was ich persönlich einfach wundervoll für sensible Haut geeignet empfinde. Und für mich persönlich ist es auch der beste Toner, den es bei Dalton gibt. Der ist sehr, sehr flüssig, sehr, sehr pflegend. Und enthält auch wirklich beruhigende Inhaltsstoffe, die dafür sorgen, dass die Haut sanft bleibt oder sanft wird, besänftigt wird. Also ich mag den sehr gerne. Und halt die maritimen Inhaltsstoffe, die so als Autobahn wirken, damit die Wirkstoffe auch in die Haut schön eindringen können. Mehr dazu habe ich euch in meinem Video, was ich euch sicherlich eben verlinkt habe, auch erzählt. Auch nachbestellt habe ich mir meine Augencreme. Das ist diese Regenerant. Die ist einfach meine liebste Augencreme. Sehr reichhaltig, sehr, sehr pflegend. Und für mich persönlich ist es auch die beste Augencreme, die es auf dem Markt generell gibt. Also da habe ich wirklich, die ist besser als die Kiehl's und besser als die Klinik für mich persönlich. Die gibt ordentlich Kabittjes. Ich habe letztens erst noch die Kiehl's Avocado nämlich leer gemacht und habe gemerkt, dass die mir wirklich in Relation zu der von Dalton nicht so gut mehr gefällt. Also das ist zwar auch eine sehr reichhaltige, wie heißt die, Avocado, Rich, irgendwas, ne? Sehr, sehr schön reichhaltig. Aber ich finde die wirklich jetzt noch einen Tick besser für mich persönlich. Um mein Enzympeeling besser, ja, einzuarbeiten oder halt aufschäumen zu können und aufs Gesicht auftragen zu können, habe ich mir diesen Fächerpinsel bestellt. Das ist wirklich total abgefahren. Der war nämlich jetzt Ewigkeiten ausverkauft und jetzt gibt es ihn wieder. Das finde ich toll. Also ich mache das ja sonst immer wieder auch mit meinen Fingern. Aber jetzt hat mir letztens Janine auch gesagt, guck mal, wir haben ja noch so einen Fächerpinsel. Ist ja nicht großartig. Ja, mega. Wusste ich gar nicht. Und ja, deswegen ab und an mal vielleicht auch links und rechts gucken. Aber dafür bin ich ja auch so ein bisschen da, um einfach das komplette Dalton Sortiment für euch so ein bisschen zu testen, um euch sagen zu können, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Und was ist vor allem auch für eine sensible Trockenhaut geeignet, die ich ja habe. Das teste ich dann ja aus. Und ja, der wird ausprobiert. So, jetzt, nee, das sind auch noch Nachschubprodukte, beziehungsweise die Augenpads. Ja, die legt sie mir immer mit rein, was ich total super finde. Die gibt es ja im Sechserpack und auch auf die könnt ihr halt mit Beauty Cloudy die 20% sparen. Das sind für mich persönlich auch die besten Augenpads, wenn es so um Bügeleiseneffekt geht. Also da habt ihr dann auch wirklich, wenn ihr die morgens macht, den ganzen Tag über dieses Bügeleisengedönsen, wenn ihr halt ein richtig cooles Event habt oder so. Und es kommt halt wirklich drauf an, macht die. Ne, packt die vorher, ne, packt die vorher in den Kühlschrank. Die helfen euch. Die machen halt so einen Depuffing-Effekt, aber gleichzeitig machen die auch, dass die Augenpartie geglättet wird. Es sieht wirklich klasse danach aus und es fühlt sich auch super angenehm an. Die sind nicht super krass feuchtigkeitsspendend oder so, aber sie sind halt eher so für diesen Slow-Aging-Effekt. Wirklich eine nice Kiste. Jetzt habe ich hier Produkte, die, glaube ich, alle, nee, das kenne ich auch tatsächlich. Das ist die Regenerierende Fußcreme. Ich liebe Fußcreme und ich finde auch, dass man seine Füße nicht vergessen sollte. Sie tragen uns durch das ganze Leben, Leute. Wir treten ihn den ganzen Tag auf ihn rum. Dann ist es doch schön, wenn man ihnen abends so ein bisschen Liebe geben kann. Da habe ich halt die, glaube ich, auch schon mal verwendet gehabt von Dalton. Wollte die jetzt aber nochmal ausprobieren. Oder ist das jetzt eine neue? Ich weiß das gerade gar nicht so. Also ich habe auf jeden Fall schon mal eine von Dalton verwendet und mochte die schon, ne? Weiß ich nicht. Muss ich mich, ne? Manchmal muss ich jetzt auch noch so ein bisschen mein Gedächtnis updaten. Und das hier habe ich aber definitiv noch nicht verwendet. Und zwar ist es diese Head & Foot Care Repair & Protect, ein antibakterielles Nagelöl. Ist vielleicht ganz interessant. Das ist mit Teebaumöl und mit Braunalgenextrakt. Wenn ihr jetzt so ein bisschen viel so im Schwimmbad seid, im Freibad seid oder so, da sind ja manchmal auch andere Leute barfuß unterwegs und dann ist es nicht so angenehm, dann verwendet das hier, ne? Dass man halt so ein bisschen auch gegen irgendwelche Infektionen vorbeugen kann oder halt auch so ein bisschen sie behandeln kann. Ist ganz schön viel Flugverkehr bei uns aktuell. Das habe ich mir auf jeden Fall aus ähnlichen Gründen eben bestellt. Das dürfte auch, glaube ich, noch eine alte Verpackung sein oder so, ne? Weil das hat oben diesen Draufdruckspender ähnlich wie damals ja auch damals. Das ist erst ein paar Monate her. Das SOS Spot Concentrate. Da habe ich jetzt ja auch aktuell das in der neuen Verpackung in Anwendung. Da sind die nämlich sowieso jetzt vollkommen mit dabei. Dass die halt die ganzen alten Verpackungen upgraden. Dass das Ganze nachhaltiger wird. Sowohl von der Umverpackung her, als auch von der Verpackung des Produktes her. Und auch bei manchen Produkten werden Inhaltsstoffe überarbeitet. Dass das Ganze halt auch ohne Parfüme und so weiter kommt. Wenn man jetzt zum Beispiel sich die ganzen neuen Produkte High Concentrates, Ocean Elements, ne? Wenn man sich die mal anguckt. Das ist wirklich sehr clean alles hergestellt worden. Und da wird halt hinübergegangen. Hier sehen wir zum Beispiel noch die alte Verpackung. Das ist halt dieses glänzende, ne? Und wenn wir dann jetzt auf die neue Verpackung gehen. Dann haben wir hier auch eine ganz andere Umverpackung. Also das ist halt so matt. Es fühlt sich leicht gummimäßig an. Also, ne? Ich mache extra so. Es ist halt so eine matte Verpackung. Aber sie ist halt nachhaltiger. Und generell die Verpackungen von den Produkten ändern sich. Und hier habe ich mir jetzt die Oistermaske nachbestellt. Also die habe ich schon so häufig aufgebraucht. Die ist super angenehm. Auch wenn die eigentlich eher gedacht ist für ölige Mischhaut oder so. Ist die auch für meine Haut sehr gut geeignet, wenn ich meine Erdbeerwoche habe, ne? Und da kann ich sehr gut gegen meine Unreinheiten vorgehen. Und das ist halt die neue Verpackung. Wir sehen hier, dass wir ein Glastiegel haben. Es ist hier vorne drauf alles etwas schlichter, ne? Das ist wirklich, also Geschmackssache, um es mal so zu sagen. Was ich persönlich aber richtig geil finde, und das habe ich jetzt letztens erst gesehen. Ja, moin, Samy ist wach geworden. Ist, dass die halt bei diesen Glastiegeln auch ein Refill-System direkt mit eingeführt haben. Das heißt, du kannst diesen Tiegel halt auch einfach behalten. Und so eine Maske, da bestellt man sich ja immer mal wieder halt auch was nach, ne? Funktioniert leider nicht mit den alten Verpackungen, weil, ne, dafür brauchst du halt eine neue Verpackung, die dann auch in dem Sinne dieses Refill bietet. Und hier sehen wir dann, du kannst es einfach so rausnehmen. Ich habe mir auch direkt mal so ein Refill bestellt. Hätte ich gar nicht gemusst, weil man kann es ja rausnehmen. Wie dumm ist das denn, Claudi? Egal, das sieht dann so aus, ne? Da steht auch, wie man das dann entsprechend einsetzen kann. Da hat man dann einfach hier seinen Refill, was man dann in seinen Glastiegel einsetzt. Kann oben dann auch hier die Folie einfach abmachen. Zack, richtig geil. Also, kann ich euch nur empfehlen. Also, was heißt empfehlen, wenn ihr sowieso die Dalton-Produkte verwendet, ist es einfach ein Hinweis für euch, dass die halt auch wirklich wiederbefüllbar sind, ne? Also, schmeißt diese Glastiegel nicht weg, die Umverpackung. Gerade bei den Cremes und bei den Masken ist es dann ja der Fall. Ich weiß nicht, ob die das bei den Serien auch machen können. Ich glaube nicht, aber gerade diese Tiegel, ne? Das ist alles ein Refill-System. Auch neu ist tatsächlich hier, dass wir einen neuen Spatel haben. Und zwar haben wir nicht mehr diese klassischen Plastik-Spatel, sondern wir haben jetzt einen wirklich hochwertigen Metall-Spatel. Also, das ist ja in dem Sinne eigentlich sogar, ja, auch hygienischer, ne? Weil Metall ist ja auch hygienischer als Plastik, klar. Der ist schwer. Das ist echt ein Oschi, das Ding. Richtig, richtig cool. Und feiere ich einfach mega. Muss ich wirklich sagen, hier steht es auch nochmal drauf. Dein Nachhaltigkeitsgeschenk als Dankeschön für den Kauf unserer nachhaltigen Produkte. Schenken wir dir unseren neuen nachhaltigen Metall-Spatel. Finde ich nice. Also, ja, da freue ich mich doch drauf, ne? Dass ich die dann demnächst auch in Anwendung nehmen kann. Und vor allem, dass wir halt diese Refill-Geschichte mit dabei haben, finde ich richtig geil. Ich muss gestehen, ich habe ja eigentlich von den Cremes her eher weniger die Tiegel immer so von Galton in Anwendung. Da bin ich ja eigentlich eher so Richtung Sensitive Care Cream, ne? Also, das ist dann ja auch in diesem Pumpspender. Da bin ich auch mal gespannt, wie die das dann überarbeiten werden. Weil das ist ja komplett Plastik, ne? Vielleicht dann auch in einem Glastiegel. Würde ich jetzt nicht schlimm finden. Ja, genau. Dann habe ich hier auch noch eine kleine Botschaft von meiner lieben Janine bekommen. Das ist ja meine Ansprechpartnerin dort. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, schaut gerne in der Infobox vorbei. Da sind die Produkte verlinkt. Da kommt ihr auch direkt zu Dalton. Und da könnt ihr mit Beauty Cloudy 20% drauf sparen. Ich bin sehr, sehr happy, dass ich diese Kooperation schon seit, ich glaube, 2019 habe oder 2020. Auf jeden Fall echt schon viele Jahre. Denn meine Haut hat sich seitdem wirklich verbessert. Natürlich bin ich in dem Zeitraum ja auch ein bisschen älter geworden. Habe dann natürlich auch die ein oder andere weitere Falte bekommen. Aber ich weiß noch, wie unruhig und wie hochsensibel meine Haut war, bevor ich mit Dalton zusammengearbeitet habe. Und dass ich halt nie so wirklich auch meinen Flow gefunden habe. Also ich bin einfach mega dankbar und mega happy, dass das überhaupt möglich ist. Und ja, selbst wenn dieser ganze YouTube-Kram hier nicht mehr irgendwann da sein sollte, ich werde da safe weiterhin Kunden bleiben. Einfach, weil das bei mir richtig gut funktioniert. So, jetzt gehen wir mal weiter. Und zwar mache ich ja aktuell mit und für euch die Maskenwochen, die ich dann ja thematisch beziehungsweise nach Shop mache. Da habe ich euch schon DM hochgeladen. Rossmann habe ich hochgeladen. Jetzt aktuell mache ich, ich glaube, Müller. Nee, DM habe ich euch noch gar nicht hochgeladen. Ich mache gerade DM. Genau, dann kommt demnächst nochmal Müller. Dann habe ich hier schon das nächste mir bestellt. Und zwar bei YesStyle. Bei YesStyle habe ich auch den Code ClaudiesWelt. Das müssten 10% sein, was ihr da sparen könnt. Und ja, da habe ich mir 7 verschiedene Tuchmasken bestellt. Beziehungsweise manche davon sind in solchen Packs drin. Das ist der Wahnsinn. Hier von Mary & May mit den habe ich ja schon mal zusammengearbeitet. Aber ich habe nicht den Genuss der Tuchmasken erleben dürfen. Das ist die Collagen Peptide Vital Mask Youth & Glowing. Genau. Ja, wie viele sind hier drin? Ich glaube 30 Stück. Das ist der Wahnsinn, oder? Guckt euch das mal an. Fand ich total aufregend. Und ich habe es, glaube ich, bei Catiens Welt und so schon mal gesehen, dass sie sowas bestellt hatte. Oder bei Shakitas Place. Das weiß ich gerade gar nicht. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Spender von feuchtem Toilettenpapier. Bin ich ehrlich, ne? Und dann kann man das hier so aufmachen. Und dann macht man die Folie ab. Und dann kann man hier die einzelnen Masken immer so rausziehen. Finde ich so nachhaltig irgendwie, ne? Weil das sind 30 Stück wohl drin. Echt jetzt, ne? Du hast hier oben auch so eine Pinzette. Wirklich 30? Oder sind das 10? Also hier steht 30. Richtig krass. Ja, und Kollagen kann ich immer... Also das ist aus Kollagen und die ist dann quasi mit Peptiden oder Peptid-Komplex. Wird auf jeden Fall dann getestet. Und da mache ich euch dann, wie gesagt, eine Maskenwoche von. Und ich glaube auch, diese ganzen K-Beauty-Masken, das wird alles sehr, sehr Feuchtigkeit spenden. Denn auch die nächste von Misha ist eine Aloe-Maske. Aloe Vera ist halt super geil jetzt auch so in der Zeit, wenn es halt im Sommer ist. Packt euch die in den Kühlschrank, da habt ihr dann noch mehr Freude mit. Und ich weiß, dass ich die von Misha halt richtig gerne mag. So, und bei Misha ist, glaube ich, auch eine Marke, die man so kennt, ne? Und, ja, das ist die Real Super Matcha Pore Care Mask. Also das ist ja so, dass ich dann ja auch so ein bisschen versuche, immer verschiedene Arten von Masken auch in den Maskenwochen euch zu zeigen. Das heißt, dass ich da dann auch sowohl Feuchtigkeitsspendende als auch dann so ein bisschen Porenminimierende oder so halt Masken mit reinbringe. Oder, dass ich halt auch so mir denke, okay, ich möchte diese Maskenwoche aber vielleicht auch machen können, wenn ich meine Tage habe oder so. Oder mein Eisprung, wie man hier so sehen kann, yay. Dass man da auch so ein bisschen eine gewisse Klärung auch mitbekommt. Das ist eigentlich spaßig. Ich hatte die, glaube ich, auch schon mal. Das ist eine, von welcher Marke? Apieu. Auch das ist eine Marke, die man eigentlich so kennt. Chocolate Milk One Pack Face Mask. Und das ist, ja, die Chocolate Milk Mask. Ich glaube, die ist einfach Feuchtigkeitsspendend. Ich glaube, das stand auch nicht so viel mehr dabei. Gibt es in verschiedenen Richtungen. Und, ja, ich habe mir jetzt mal die Schokoladenmilch mitgenommen. Die hatte ich schon mal da. Und eigentlich mag ich die auch sehr, sehr gerne von Beauty of Josen. Die haben ja einen richtig geilen Lichtschutzfaktor, ne? Und hier habe ich diese Centella Asiatica Calming Mask. Also die beruhigt. Und wir sehen hier auch direkt, wie viel Serum hier drin ist. Ich meine nämlich zu erinnern, dass ich die sehr gerne mochte. Aber wir müssen mal gucken. Und das ist, glaube ich, auch Centella Asiatica, ne? So sieht das dann aus. Sehr interessant. Und hier habe ich so einen Mega-Pack. Natürlich wird dann hier von sowas zum Beispiel, also, ne? Ich habe die halt in einem Mehrfachpack bestellt. Und die ganzen werden dann demnächst mal verlost werden. Und die hier wird dann in der Maskenwoche gemacht werden. Von The Face Shop, genau. Eine Cucumber-Maske. Und das ist halt Feuchtigkeitsspendend. Ja, schaut so aus. Wir kennen das von den Cal Beauty Masken. Da hast du halt immer wirklich so feuchtigkeitseskalative Geschichten im Gesicht. Zu guter Letzt habe ich mir dann auch hier diese Niacinamid-Geschichte, so viele Geschichten, es tut mir sehr leid, bestellt. Also, das ist eigentlich so eine, zehn Stück hast du hier drin. Und die habe ich irgendwie für Umme mit dabei bekommen. Niacinamide sind halt wirklich ganz, ganz toll. Und die verwende ich gerne abends. Denn das wirkt so ein bisschen aufhellen. Pickelmale werden, oder, ja, Pickelmale und Rötungen werden minimiert. Pigmentflecken werden etwas aufgehellt. Sowas ist das immer. Und hier haben wir Lipoglutaniacin. Keine Ahnung. Das steht hier so drauf. Also, im Prinzip Niacinamide, Centella und dieses Microfluidizer Glutathione. Keine Ahnung. Sagt mir gar nichts. Aber Lipo hört sich auf jeden Fall nach einem Lipid, also nach einem Fett an. Wir müssen einfach mal gucken, wie das so wirkt und wie das so ist auf dem Gesicht, ne. Finde ich auf jeden Fall total abgefahren. Und, ja, das ist dann die Maskenwoche, die dann für YesStyle online kommen wird. Irgendwann mal demnächst, ne. Wird dann demnächst getestet. Aber YesStyle hat auch natürlich sehr schöne, dekorative Kosmetik. Und ich habe mal von Corinne, von dieser Marke, eine Palette geschenkt gekriegt. Das ist die Color Rose Palette gewesen. Und hier habe ich mir jetzt auch was bestellt von Color Rose. Die haben immer so schöne Verpackungen. Und das Ganze ist immer so niedlich gemacht. Also sowohl bei denen, als auch bei gleich anderen Sachen, die ich hier habe. Das hier ist ein Lippenstift. Und den fand ich auch, also guckt euch das allein mal an, ne. Das ist schon extrem hübsch. Ich meine, dieser Blinky hier vorne ist vielleicht noch ein bisschen zu viel. Ich habe keine Ahnung. Aber auch die Farbe. Und ich meine, viele haben das jetzt ja, ne, mittlerweile, dass die auch bei ihrem Bullet diese Pressings machen. Aber ich denke mir mal, sowas zu machen, ist jetzt halt nicht 0815. Das ist auch nicht super günstig, ne. Und es kommt alles immer sehr schön rüber. Es kommt alles sehr hochwertig rüber. Und hier haben wir diese Lady drauf. Hier haben wir Color Roses Logo drauf. Und dann steht da auch noch irgendwas, was ich nicht lesen kann. Und, ähm, ja. Der wird demnächst mal mit euch zusammen ausprobiert. Äh, ich habe übrigens die Farbe CR1622. Auch von Color Rose habe ich mir was bestellt, wo ich erst nicht wusste, was das ist, weil die Umverpackung doch relativ mäh aussah. Aber, äh, ich weiß es wieder. Hier habe ich ein Nagellack drin. Also, ich habe noch nie, also die Umverpackung, also das hier, das ist, das ist nicht sonderlich schön, ne. Aber ich habe noch nie so einen schönen Nagellack gesehen. Noch nie. An alle Nagellack-Fans unter uns, ne. Hol es mal eben raus. Das ist hier halt auch so ein richtiger, ne, Karton mit Schaumstoff und so. Das ist ja eh Lidl, sprach der Wedel. Ist das kitschig oder ist das schön? Ich weiß es nicht. Ich suche ja immer wieder auch nach schönen gelben Nagellacken. Das hier ist jetzt wirklich ein sehr gemutetes Gelb. Aber schaut euch mal diesen Flakon an. Gibt es auch in verschiedenen anderen Farben. Aber da habe ich mir gedacht, nee, ich habe auch ein Türkis oder ein Rot oder so, halt alle schon da. Aber ein vernünftiges Gelb suche ich wirklich noch händeringend. Ich hatte jetzt auch eine Woche lang hier auf meinem Daumennagel, also ich hatte wieder meine Hände normal oder meine Nägel normal lackiert, ne. Und dann habe ich hier auch einen gelben drauf gemacht und mein ganzer Nagel ist wirklich eingefärbt gewesen. Ich bin mal gespannt, wie der hier so das machen wird. Ich finde, das sieht so schön aus. Stellt euch das mal vor, ihr habt da mehrere von. Und dann stehen die da so nebeneinander bei euch im Regal. Das ist schon exorbitant, muss ich sagen, ne. Das ist, es ist also richtig geil. Das ist einfach einfach ein Nagellack. Ich kann ja mal riechen. Ne, ich hätte jetzt ernsthaft erst auch gedacht, naja, vielleicht ist der super chemisch unterwegs oder so. Der riecht dezenter als jeder Catrice-Nagellack. Der riecht ungefähr nämlich nach gar nichts. Zieht euch das mal rein. Zieht euch das mal rein. Also der wird auf jeden Fall demnächst mal ausprobiert. Der war jetzt auch nicht super billig oder so, aber halt auch nicht super teuer. Ja, manche Spielerei darf sein, oder? Ich finde, es ist vollkommen in Ordnung. So, dann, apropos Spielerei, gibt es ja auch diese großartige Marke Flower Nose. Das ist ja, ne. Die haben so schöne Sachen. Ich habe so viel auch schon von denen da, weil ich immer wieder angefixt werde. Und die haben eine neue Kollektion. Und zwar ist das die Midsummer Fairy Tales Embossed Five Color Make-Up Palette, die ich mir bestellt habe in der Farbe 03 Fairy Melody. Man sagt ja sonst immer ganz gerne bei diesen ganzen koreanischen Beauty-Geschichten, und dass die halt eher so dezenter und alltagsmäßig unterwegs sind. Bei dieser Kollektion oder dieser Palette haben die sich gedacht, nö, wir können auch anders, ne. Okay, also. Hier erstmal die Umverpackung. Das ist schon mal richtig hübsch. Ich habe auch schon Blushes von denen und dies, das Ananas, ne. Das ist so schön. Diesen Feen da drauf, das ist schon sehr kitschig. Aber ich mag das halt, ne. Habe ich mir gedacht, das schreit meinen Namen. Wenn ich mir diese grüne Palette nicht kaufe, dann ist irgendwas bei mir durchgebrannt. Das freut mich sehr, dass sie auch im realen Leben so schön aussieht, wie ich sie online erwartet habe. Dieser schimmernde Grünton. Ich gehe da jetzt noch nicht rein. Das machen wir mal zusammen. Also du hast hier bei jedem Ton auch so ein wunderschönes Pressing mit drin. Das sieht so genial aus. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Und es macht einfach Spaß, solche Produkte zu verwenden oder sie einfach aus dem Schrank zu nehmen und reinzugucken, sich die Sachen so anzugucken und einfach Freude damit zu haben. Ich habe direkt einen Look im Kopf, was ich damit schminken kann. Auch diese Kombination von dem Grün und dem Gold finde ich mega. Ich habe ja auch grünbraune Augen. Ich sage zwar immer, verwendet die Farben, die ihr wollt. Stehe ich auch zu. Aber ich glaube, dass das halt nochmal so richtig diesen, diese, das passt halt einfach. So nehme ich. Die Umverpackung brauche ich jetzt nicht, auch wenn die wirklich schön ist. Weil die brauche ich ja offensichtlich nicht mehr. So viel zu Yes-Style. Mega. Aber es geht jetzt nochmal so ein bisschen auch in die Indie-Brand-etwas-unbekanntere-Markenschiene weiter. Denn ich habe bei Kleinanzeigen bestellt. Ich hatte ein Video gesehen von der wundervollen Morbus Black. Und die hatte so ein bisschen was über Moni-Hudits erzählt und hatte da auch neue Produkte gezeigt. Und dann habe ich bei Nicole Nina Wien auch so ein Video gesehen. Und dann habe ich mir so eine Liste erstellt mit Sachen, die ich toll finde. Und bin dann über Umwege halt so über Kleiner oder zu Kleinanzeigen gekommen. Und habe dann jemanden gefunden, die mir für einen wirklich vernünftigen Preis auch die Produkte zur Verfügung, also nicht zur Verfügung, verkauft hat halt. Habe ich mir auch gekauft. Und das kam super liebevoll hier an. Viel Spaß beim Ausprobieren. Viele Grüße. Also eine selbstgebastelte Karte irgendwie mit dabei. Dann habe ich noch ein paar Trolleys mit dabei. Ein kleines Goodie habe ich hier auch noch von Earthly, von Unearthly Cosmetics. Molten Chrome Gel. Ja, das ist einfach so ein, ja, kann so dir quasi auch auf die Augen geben. Sehr, sehr schöne Farbe. Also das finde ich auch sehr, ne? Das ist so Duochrome. Das ist schon schön. Asteroid. 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 Oder so ähnlich heißt das dann. Habe ich nicht gekauft, war mit dabei. Und jetzt kommen wir mal zu den Paletten. Ich habe euch auch Swatches gemacht, die kann ich euch dann entsprechend auch einblenden. Also, zuallererst habe ich hier eine Palette, die habe ich euch auch, glaube ich, sogar schon mal gezeigt. Tiny Marvels ist das. Das ist schon, ne? Von Mel Thompson mit Sydney Grace. Das ist halt schon so ein, ja, Schätzchen. Weil Mel Thompson gibt es nicht mehr. Die lebt halt auch nicht mehr. Das ist eine wundervolle amerikanische YouTuberin gewesen oder englischsprachige YouTuberin. Und die hat halt zusammen hier mit Sydney Grace diese Palette rausgebracht. Ich finde, das Design ist einzigartig. Das ist wirklich besonders. Und von innen haben wir hier auch sehr, sehr interessante Töne, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben halt bei solchen Paletten vor allem krasse Schimmertöne, die halt wirklich besonders sind, die besondere Texturen haben, die sich besonders auf dem Auge machen und auch ganz, ganz andere Looks kreieren, als man das halt mit normalen Paletten, die man halt so normalerweise kaufen kann, hinbekommt. Und also dieses Fire Buds hat mich einfach umgehauen, als ich auch das auch drauf gemacht habe. Du kannst damit so einfache Looks schminken. Also im Prinzip drei Töne oder vier Töne genügen. Hier definitiv zwei matte, zwei schimmernde. Läuft, ne? Ja, das ist eine super angenehme, seidige Konsistenz. Ich mag die Palette. Also da war ich auch sehr, sehr happy drüber, dass sie die auch angeboten hatte. Und dann bringt Unearthly Cosmetics immer diese speziellen Kollektionen raus, wo man die ganzen Produkte meistens auch nur innerhalb dieser Kollektionen bekommen kann. Und da hatten wir, ich glaube, letztes Jahr diese Devor oder Devor Kollektion. Und da war ich schon heiß hinterher. Ich denke mir aber immer so, mit diesen ganzen Lippenprodukten kann ich persönlich für mich nicht so viel anfangen. Ich wäre halt wirklich an dieser Lidschattenpalette hauptsächlich interessiert gewesen. Und deswegen, ja, war ich froh, dass sie sie auch angeboten hat. Natürlich, dieses Trap, das schreit meinen Namen, ne? Das möchte ich am allerliebsten verwenden. Das ist ein Duochrome. Ich weiß gar nicht, wie man das so bewegt. Nach diesem Ton, meine ich übrigens. Das sieht man schon so ein bisschen, ne? Das sind generell einige Töne davon in verschiedenen Farben changieren. Das ist schon abgefahren. Auch dieses Bite, das hat verschiedene Töne so mit dabei. Sehr, sehr geile Palette, die sowohl richtig dunkel als auch richtig hell sein kann. Das ist schon geil. Also ich, also allein mit diesen beiden Tönen kann ich schon richtig eskalieren. Ja, da werde ich einiges mit schminken. Solche Paletten kann man selten noch so kaufen. Deswegen mache ich das meistens so, dass ich dann die Looks dann eher privat schminke. Und ihr die dann halt quasi so in Videos seht. Oder ich mache nur ein kleines Short davon. Oder ich mache das halt einfach so, wenn ich einen Style & Talk mache, dass ich die Produkte verwende, ne? Ja, genau. Und dann habe ich hier noch die Flower Punk Palette von Kaleidos. Ist das eine geile Palette oder was? Ich meine, schaut euch mal erstmal dieses Verpackungsdesign an. Das ist sehr besonders. Ich mag zwar keine länglichen Fännchen, aber hier kann ich davon einfach mal absehen. Und ja, wir haben hier einfach dieses magnetische Spiegelchen, was du dir auch einfach so gerade hinstellen kannst, wenn du möchtest. Dann haben wir hier so dermaßen abgefahrene Töne. Das ist so schön. Dieses Türkis liebe ich. Dieses Limettengrün. Oh mein Gott. Gut, diese wärmeren oder diese rosanen Töne sind vielleicht eher weniger mein Fall. Aber ansonsten ist das schon meins, ne? Kann man nicht anders sagen. Und hier habe ich auch wieder diese goldgrüne Geschichte, mit der ich einfach meine Freude haben kann. Und Verpackung ist halt einfach besonders, ne? Sowas hat man dann einfach gerne bei sich. Dann habe ich hier auch von Unearthly die Palette aus der Spaced Out Kollektion. Das ist einmal diese hier. Das sieht sehr abgefahren aus. Erinnert auch ein bisschen an diese Luna Beauty Moonshroom Collection, ne? Weil hier haben wir auch diese Pilze vorne drauf. Und hier drin haben wir acht Töne, wovon vier schimmernd und vier matt sind. Ja, hier haben wir auch wieder diese grünen Sachen. Das ist unglaublich. Warum machen viele? Das ist doch unglaublich. Ich habe so viele grüne Paletten und musste die jetzt unbedingt halt auch noch haben. Aber auch da kann man richtig Spaß mit haben. Das, das, das ist eigentlich eher so leidenschaftsmäßig irgendwie was, ne? Die hier war mit ein Grund, weswegen ich den Shop auch gefunden habe. Das war diese Wizard Palette, die es von Fantasy Cosmetica gibt. Denn das ist die Marke, von der auch die liebe Morbus Black immer so schwärmt. Das ist schon schön. Ja, ja. Auch das ist eine etwas speziellere Palette. Aber dieses Blau, Leute. Diese obere, da, ah. Also wenn ich wirklich so was Blau, also die hätte ich wirklich auch für Maxims Event super nehmen können, ne? Weil da hätte ich meinen blau-goldenen Look 1a mitbekommen. Ich weiß auch gar nicht, was ich da groß zu sagen soll. Außer, dass ich die wirklich, die, die catchen mich. Ich gucke mir diese Paletten an und bin einfach glücklich. Also das ist, das ist einfach besonders. Man muss bei solchen Paletten manchmal ein bisschen aufpassen, weil die Schimmertöne halt wirklich sehr, sehr intensiv sind. Dass man die dann vielleicht in Kombination mit einem Glitterglue verwendet oder so. Habe ich da. Kann ich machen. Überhaupt kein Problem. Und dann habe ich noch diese hier von Sugar Drizzle. Von der Marke habe ich noch gar nichts. Da wollte ich auch mal so ein bisschen austesten, wie die so sind, ne? Mojito Because Summer. Wir können uns alle denken, dass es eher eine grüne Palette sein wird, ne? Und die ist crazy. Also die ist wirklich sehr crazy. Aber sie ist wunderschön. Die erinnert mich an die, ähm, wisst ihr das noch? Damals hatte Catrice, glaube ich mal, so eine Rainforest Palette rausgebracht, die qualitativ aber nicht so geil war, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, dass diese Rainforest Palette an diese hier angelehnt sein sollte. Und ja, das hier ist, das ist, das ist einfach unglaublich, was man da auch in den Swatches sieht, was die für eine Qualität schon direkt aufweisen. Habe ich Bock drauf. Wird alles jetzt so nach und nach auf meinen Augen landen. Und ja, ihr habt die Swatches gesehen. Es ist wirklich einmalig, wenn man halt solche Paletten hat, wenn man solche crazy Marken irgendwie auch mit am Start hat, ne? Wenn man solche Paletten sucht, schaut gerne bei Kleinanzeigen vorbei. Das ist dann immer so ein bisschen Glücksspiel natürlich auch ein Stück weit, weil man nicht unbedingt weiß, wie vertrauensvoll der Händler so ist oder so, ne? Aber bei mir war es wirklich sehr, sehr gut. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Und ich, ja, freue mich darüber, dass ich nicht den absolut vollen Preis bezahlen musste. Weil das hätte mich wahrscheinlich auch, das hätte ein großes Loch in mein Konto gerissen. So, dann war ich ja, wie gesagt, auf dem Event von Maxim, der ja mit Rossmann zusammen und River Loves Me seine siebte Kollektion gelauncht hat. Also abgefahren. Die dritte bei River Loves Me. Da habe ich allerhand Menschen kennengelernt. Das kann man nicht anders sagen. Auf dem Heimweg war ich dann mit der lieben Jenny von Unwissenschön auch zusammen. Also da haben wir komplett im Zug zusammengesessen und die ganze Zeit geredet und geredet und geredet. Und ja, dann habe ich mir zu Hause überlegt, Mensch, alle haben die ganze Zeit auch von ihren Farben geschwärmt und habe mir das dann nochmal genauer angeguckt und habe dann eine kleine Bestellung getätigt. Hier habe ich die Produkte. Sie hat übrigens auch ein Buch rausgebracht. Da muss ich demnächst mal bei Thalia gucken. Da geht es um SFX Make-Up. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Nun ja, auf jeden Fall sieht das Ganze so aus, wenn es bei einem eintrifft. Und das habe ich auch selber bestellt, um Jenny halt auch zu unterstützen und weil ich einfach finde, dass wenn sie solche Produkte rausbringt, macht sie das mit einer sehr, sehr krassen Erfahrung. Also sie ist ja selber auch extrem Anwenderin davon. Also was die für Look schminkt, das ist abgefahren. Ich meine, das sieht man hier ja, glaube ich, auch ganz gut. Dementsprechend, ja, stellt sie dann auch Produkte her, die natürlich knallen. Genau, dann habe ich auch eine Autogrammkarte von ihr bekommen. Liebe Claudi, ich danke dir für deine Bestellung und den Support meines Small Business. Es war schön, dich persönlich kennenlernen zu dürfen. Ganz liebe Grüße, Jenny. Genau, ne, wie die einen Ehrenplatz bekommen. Und genau, dann mache ich das hier mal auf. Also richtig schön eingepackt. Richtig schön. Und ich habe mir halt den ganzen Regenbogen bestellt. Das war irgendwie klar, ne. Sieht ein bisschen aus wie Ostereiersuche. Ich finde es toll. Okay, also, ich habe mir die kleinen Varianten bestellt, einfach weil ich jetzt nicht so exzessiv mein ganzes Gesicht immer so schminke. Für mich sind es halt eher Liner. Oder wenn ich für Karneval Halloween oder so Look schminke, ne. Aber ich verwende nicht so viel, dass ich mir das in der großen Version hätte kaufen müssen. Sie hat zwei verschiedene Größen. Und da habe ich halt die kleine Größe genommen. Einmal haben wir hier dieses Yellow. Also ein ganz klassisches Gelb habe ich mir bestellt. Yellow steht hier einfach drauf. Okay, machen wir natürlich weiter mit Grün, ne. So kommt das mit dem Regenbogen. Flash Green. Das ist halt auch ein ganz normales, wunderschönes Grün. Also die Farben sehen auch wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Genauso wie sie halt auch online ausgesehen haben. Und die aktiviert man einfach mit Wasser. Das ist auch Bodypaint super gut dafür geeignet. Als nächstes kommt natürlich ein Blau ins Spiel. Da habe ich hier Pastel Blue mir bestellt. Das schaut einmal so aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man theoretisch nur die Grundfarben gegebenenfalls gebraucht hätte. Also Gelb, Blau, Rot, Schwarz, Weiß, so, ne. Und damit hätte man sich natürlich auch Grün, Orange und Lila mischen können. Ich habe mir gedacht, nee, komm, hauen wir mal raus. Dann gibt es hier auch noch diese La La Land Purple Farbe. Das ist einmal diese hier. Und sie hat auch verschiedene Abstufungen. Also sie hat verschiedene Lilatöne, verschiedene Rottöne, verschiedene Blautöne und so. Da muss man einfach gucken, was für einen am besten funktioniert. Oder, ja, was man halt am liebsten haben möchte. Und dann habe ich hier noch den Fire Red. Und das ist wirklich so ein richtig schönes Feuerrot. Ich lasse euch auch natürlich den Shop von ihr in der Infobox, ne. Schaut gerne mal vorbei. Dann haben wir auch noch das Light Orange. Also ein wunderschönes helles Orange. Das schaut einmal so aus. Ja, und dann wie schon gesagt den Klassiker. Einmal schwarz und weiß. Das ist ein ganz klassisches schwarzes Line Black. Also damit kannst du einen Liner ziehen. Hält auch ganz gut, ne. Dann haben wir hier noch das Weiß. Line White, ja. Also ein Leinenweiß quasi. Und man kann sich zum Beispiel auch mit einem Rot und einem Weiß ein Rosa mischen, wenn man das möchte. Und dann habe ich mir auch noch Silber und Gold bestellt. Einfach weil ich gedacht habe, passt glaube ich auch ganz gut mal, ne. Kann ich ganz gut gebrauchen. Gold with Glitter habe ich hier einmal. Das ist diese Farbe. Und dann haben wir hier auch noch das, ja, Silver. Das ganz normale Silber, genau. So schauen die Farben aus. Ich finde das ist wunder, wunderschön. Und hier habe ich jetzt einfach mal meine ganzen Farben. Man kann sich auch so Trace dafür kaufen. Habe ich drüber nachgedacht, mache ich vielleicht beim nächsten Mal oder so. Weil das in der Aufbewahrung vielleicht auch ein bisschen einfacher ist. Aber so kann ich die einzeln auch auf jeden Fall viel besser transportieren und mitnehmen, wenn ich zum Beispiel bei meinen Mädels auch die Karnevalslooks schminke. Ne, da sind wir ja meistens bei einer meiner Freundin und machen uns halt vorher fertig. Genau, ja, das war jetzt einfach mal meine kleine, aber feine Bestellung bei Unwissen schön. Schaut super gerne bei ihr vorbei. Wenn ihr zum Beispiel halt auch diese Suva-Liner oder sowas mögt, dann seid ihr da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Die sind sehr, sehr gut, sehr, sehr haltbar. So wie ich gehört habe, auch sehr gut von der Qualität her. Dann gibt es hier jetzt ein absolutes Novum, Leute. Etwas so Abgefahrenes. Und haltet euch fest, ich hoffe, ihr sitzt und fallt nicht vom Stuhl. Ich habe jetzt seit Jahren das Grande Lash in Anwendung. Das ist ja das Wimpern-Serum, was ich auch wirklich fantastisch finde, großartig finde und was bei mir richtig krasse Ergebnisse gemacht hat. Aber die Welt dreht sich natürlich auch immer ein bisschen weiter. Und ich habe eine Anfrage bekommen von Revitalash, ob ich Bock hätte, mal deren Serum auszuprobieren. Ne? Und ich habe es jetzt schon seit ein paar Tagen in Anwendung. Und ich muss sagen, bislang ist noch nichts Schlimmes passiert. Also ich habe noch keine Reizungen bekommen. Ich habe noch keine ausgefallenen Wimpern oder sonst irgendwas. Das Produkt habe ich natürlich auch hier. Und ich habe einen Code, Claudie15. Damit könnt ihr 15% drauf sparen, wenn ihr möchtet. Und natürlich nicht nur auf das hier, sondern auch auf viele, viele andere Sachen. Schaut in der Infobox gerne vorbei. Man muss auch mal links und rechts gucken. Das ist hier dieses Eyelash Conditioner-Produkt einfach mit einem Milliliter, was ich hier habe. Was ich halt auch super charmant fand, als ich das gelesen habe. Wo stand das denn nochmal? Ich habe nämlich hier so ein bisschen mit die Umverpackung mal intensiver angeguckt und gesehen, dass die hier dieses Zeichen haben, dieses Brustkrebs-Schleifchen. Eternally Pink. Und da steht es auch. Revitalash Cosmetics ehrt den Mut und die Kraft von Co-Gründerin Gail Brinkenhoff sowie von Frauen auf der ganzen Welt, indem wir das gesamte Jahr über statt nur im Oktober Brustkrebs-Aufklärungs- und Forschungsinitiativen unterstützen. Mit Eternally Pink versprechen wir und verpflichten uns dazu, dass wir einen Teil unserer Gewinne an die Krebsforschung spenden. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Letztens erst gab es bei uns in der Familie halt einen Fall. Und es ist leider etwas, was bei mir auch sehr, sehr von verschiedenen Seiten so kommt und was auch genetisch dann in dem Sinne mich betreffen könnte irgendwann mal. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn das Thema Krebsforschung unterwegs ist, um das mal so zu sagen. Denn das ist halt wirklich so eine Krankheit und das macht einen halt auch irgendwann echt wahnsinnig, wo es irgendwie keine wirkliche Heilung für gibt und so. Und in einer Welt, wo es für jeden Pups irgendwie eine Spritze oder ein Zäpfchen oder irgendwas gibt, ist es halt ziemlich hart zu erleben, dass diese eine Geschichte, die uns ja, oder diese eine Krankheit, die uns ja schon seit Jahrzehnten alle begleitet, einfach keine Lösung findet. Und das ist sehr, sehr schade, ne? Okay, so. Es kommt sehr schön daher immer. Ich habe es jetzt auch mal wieder zurück in die Verpackung gemacht, damit ich euch das so zeigen kann. Dann löst man das einfach so raus und hat hier wirklich eine sehr hübsche und edle Verpackung. Und ja, damit kann man sich dann einfach wie bei jedem Wimpernserum, was man so kennt, das dreht man sich dann einfach so hoch, dann hat man hier so ein kleines Pinselchen und das verwende ich halt direkt wie ein Eyeliner an meinem Wimpernkranz und ich komme mit so einem kleinen Ding halt auch wirklich die zwei Monate mit aus. Also für mich persönlich ist es sowieso so, dass ich gesagt habe, ich möchte maximal zwei Monate ein solches Produkt direkt am Auge verwenden. Es ist sehr nah an meinem Auge selber, dementsprechend auch sehr nah mit meinen Schleimhäuten in Kontakt. Deswegen, genauso wie bei einem klassischen Eyeliner oder bei einer Mascara, habe ich einfach gesagt, ich verwende sowas eh nur einen Monat lang, zwei Monate lang und dementsprechend brauchst du davon jetzt nicht irgendwie ein 5ml Ding oder so. Genau, also das ist aktuell in Anwendung und ja, ihr werdet es jetzt ja begleiten. Also ich sage mal, ungefähr eine Woche verwende ich das jetzt schon und bislang ist alles einfach unverändert, aber normalerweise brauchst du ein Wimpernserum auch ungefähr vier bis sechs Wochen, bis es dann halt auch seine volle Wirkung entfalten kann und man irgendwelche Änderungen sieht. Ich habe denen auch schon gesagt, es wird ein bisschen schwierig, denn ich habe bereits eine richtig krasse Länge bei meinen Wimpern. Mal gucken, ob sie noch länger werden können. Hoffentlich fallen sie nicht aus. Wir gucken einfach mal. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und wie gesagt, mit Claudie 15 könnt ihr da 15% sparen, wenn ihr möchtet. Dann habe ich bei Look Fantastic, da habe ich euch auch schon ein Video zugedreht, allerhand bestellt, aber nicht nur für mich, sondern auch für euch, denn ja, ich möchte auch gerne in diesem Video wieder eine kleine Verlosung machen. Wie gesagt, die Informationen dazu stehen in der Infobox. Schau gerne mal vorbei und ich zeige euch auch mal, was ihr gewinnen könnt, denn natürlich liegt das hier vor mir. Ja, wir haben jetzt ja auch so ein bisschen, jetzt gerade ist es so grob vorbei, die Sommerferien, aber die Reisezeit. Und da habe ich mir gedacht, da wäre es doch total süß, wenn ich so ein Travel Set von Real Techniques verlose. So schaut das einmal aus. Da haben wir halt die coolsten Pinsel, die Real Techniques so hat, einfach in diesem Reiseformat. Plus, du hast ja noch so ein Täschchen hinten dran, das ist so holographisch. Und das möchte ich gerne in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, wie gesagt, steht ja in der Infobox. Und wir haben hier Augenpinsel mit dabei, Augenbrauenpinsel, Spoolie, alles, was das Herz begehrt, aber auch halt diese Basepinsel, Concealer, Puder, hier ein bisschen feinerer Puderpinsel, glaube ich, ein Foundationpinsel. Also, ne, die müsste ich auch alle in Normalgröße da haben, aber zum Verreisen ist es einfach göttlich. Genau, richtig, richtig süß. Und ihr bekommt das natürlich auch bei Look Fantastic, wenn ihr möchtet, wo ihr auch mit Claudie Welt den maximalen Rabatt bekommen könnt. Ähm, aber das hier wird auch dieses Mal natürlich mal wieder verlost hier. Und, äh, es gibt hier immer so eine Kleinigkeit, ne? Wenn ich bei Look Fantastic bestelle, bestelle ich, wie gesagt, nicht nur für mich, sondern auch für euch. Ja, mein Schminkie ist dazu online schon. So viel habe ich mir gar nicht neu bestellt. Einmal dieses Valentino-Parfum, was ich wirklich sehr, 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 sehr schön finde. Wir haben hier, glaube ich, auch wieder diese schwarze Johannisbeere oder so mit dabei. Ich habe jetzt eben noch ein anderes drauf, weil ich ein Kurzvideo gedreht hatte und rieche halt einfach komplett nach dem Genjambe Rouge. Wenn ich das jetzt noch drüber geben würde, ist es, glaube ich, ein bisschen viel. Und mein Sesame... Oh, Fenster ist auf, ne? Vielleicht so ein kleiner Spritzer. Nur so ein kleiner. Es muss nichts Großes sein. Einfach ein wunderschöner, gefälliger Duft, der aber halt auch echt was Fruchtiges mit dabei hat und was sehr, sehr Elegantes. Ich mag ihn sehr, 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 sehr gerne. Und ich hatte das ja schon in diesem Yellow Dream, ne? Und den habe ich bei einer Freundin gerochen und sehr geiler Duft. Sehr, sehr haltbar auch. Dann habe ich hier von Yves Saint Laurent den Love Shine Lipstick in der Farbe 201 Rosewood Blush. Und den habe ich euch auch schon in Anwendung gezeigt. Ich liebe dieses Verpackungsdesign. Das ist so edel. Ich hatte allerhand schon von diesen Yves Saint Laurent Lippenstiften. Die sind mir leider alle gekippt. Die riechen super merkwürdig. Der hier riecht nicht merkwürdig. Der riecht einfach sehr schön. Ein sehr, ja, zurückhaltender Ton. Ich habe zwar jetzt gerade so ein bisschen Lipgloss und Lippenöl drauf, aber das dürfte halt quasi genau die Farbe sein. Ja, genau. Das ist ein sehr schöner Ton. Wirklich. Also nicht aufdringlich oder sonst irgendwas. Aber, ne? Ich mag halt, wenn ich so hochpreisige Lippenstifte mir kaufe oder halt in der Kooperation bekomme. Eigentlich ganz gerne dann auch so Farben verwenden oder kaufen oder bestellen, die ich dann ja auch wirklich viel verwenden möchte. Und nicht irgendwie ein Grün oder so. Natürlich habe ich einen türkisen Anastasia Beverly Hills Lippenstift mir mal irgendwann im Sale gekauft. Aber, ähm, so im Großen und Ganzen ist es für mich einfach sinnvoller, weil ich trage sowas einfach öfters als ein Grün oder ein Türkis auf den Lippen, ne? Genau. Und deswegen halt so ein absoluter Newton. Finde ich sehr schön. Ich hatte übrigens außen drumrum die Umrandung von dem Pillow Talk. Das ist schon sehr harmonisch miteinander, kann man nicht anders sagen, ne? Jo. Dann habe ich mir auch noch bestellt von Iconic hier diesen Daikiri Blush Stick. Also Blush Stick in der Farbe Daikiri. Ja, der ist relativ hell, so wie es so aussieht, ne? Das ist ein sehr schöner Alltagston. Das kann man wirklich so sagen. Ich verlinke euch das Schminkier EMI. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist halt ein Stick. Und dann habe ich mir zwei Paletten von Natascha bestellt. Einmal, die habe ich euch auch in Anwendung gezeigt. Die andere muss ich noch verwenden. Das ist einmal diese ganz neue Mini Rose, beziehungsweise, wie ich gehört habe, ist sie gar nicht so neu. Weil viele dieser Töne, oder eigentlich alle, finden wir manchmal in anderen Texturen in bestehenden Paletten. Aber ich habe jetzt auch nicht alle Natascha-Paletten. Und ich finde diese Fünfer-Geschichten oder Fünfer-Paletten eigentlich auch sehr schön und handlich. Und mag die sehr, sehr gerne, um ehrlich zu sein. Und deswegen habe ich mich da sehr drüber gefreut. Und dann habe ich mir auch noch die Mini Glam gekauft. Das ist ja so ein Klassiker, ne? Also ich habe die Glam-Palette ja auch da. Aber ich glaube, diese Mini Glam ist einfach 1a zum Verreisen. Und ich habe jetzt schon so viele von dieser Palette schwärmen hören, dass ich sie ausprobieren wollte. Weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich einen Lip Liner von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Baby Roses. Hier habe ich mich ein bisschen bei der Farbe vertan. Denn der ist schon sehr, sehr rosa. Also das sah online nicht so rosa aus. Der ist schon so ein richtig helles Nude, was bei mir halt sehr rosa auf den Lippen gewirkt hat. Oder orange war das für mehr. Ich mochte es trotzdem, ne? Und auch die Textur hat sich sehr gut angefühlt. Aber die Frage ist halt immer, das ist ein Holzstift. Das ist ganz schön teuer. Ja, liebe Anastasia, ne? Weiß ich nicht, ob man das so braucht. Aber schön fand ich ihn auf jeden Fall. Ja, dann habe ich mir zwei Fixing Sprays von MAC geholt. Einmal hier dieses Fix Plus Stay Over. Das ist dieses hier einmal in der kleineren Variante. Ich finde diese Fixing Sprays oder Setting Sprays von MAC einfach richtig, richtig gut. Die funktionieren toll bei mir. Und dann natürlich noch in dieser Magic Radiance-Geschichte-Reihe, Linie. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz neu. Jedenfalls von der Verpackung her. Weil wir haben hier oben halt nicht diesen Mega-Deckel mehr, sondern es ist halt einfach so. Und dann hast du den Deckel so ab. Genau, also das werde ich demnächst mal testen, dass ich dieses hier zusammen mit der Natascha der Nona Palette teste. Und euch da ein bisschen mehr zu sagen zu können, weil die habe ich nicht in dem Schminkie verwendet. Was ich auch vergessen habe, in dem Schminkie zu verwenden, war die Lippenpflege, die ich mir bestellt hatte von The Ordinary. Squalane und Aminosäuren ist es nämlich hier in Lippenbalsam. Sieht super süß aus, ne? Ich glaube, wenn man sowas auch in der Handtasche hat, dann fühlt man sich auch ganz schön fancy. Kann man natürlich auch zu Hause am Bett liegen haben oder so, weil das ist halt so ein herausdrückbares Ding. Was ich manchmal ein bisschen unhygienisch finde, aber ein Lippenapplikator ist nicht weniger hygienisch, nicht mehr hygienisch, nicht hygienischer, man weiß es nicht. Muss ich noch ausprobieren. Hier habe ich noch ein paar Sachen in diese Kiste reingeschmissen und ich weiß gar nicht, wo ich die bestellt habe, Leute. Es tut mir leid, ich versuche sie trotzdem irgendwie zu verlinken. Ich habe ja mit Purish auch die Kooperation, wo ihr mit Claudis Welt 10, 10% immer auf meine Collections halt und auf die Sales sparen könnt. Und das ist eigentlich immer so gut wie alles, auf das ihr das sparen könnt. Da gibt es auch Be Perfect. Ich weiß nicht, ob ich das bei Purish bestellt habe, muss ich nochmal recherchieren oder woanders. Auf jeden Fall habe ich mir hier einmal den Full Impact Complete Coverage Concealer bestellt. Und zwar ist es in der Farbe L2. Ich mag so gerne diese Foundations, die Be Perfect hat. Das ist ja einmal in der Matt-Variante und auch in der Lumi-Variante. Die funktionieren richtig geil bei mir, je nachdem, für welches Bedürfnis ich sie so brauche. Die Matte ist halt super deckend, die Luminöse ist halt ein bisschen leichter, aber dafür extrem glowy. Und ich glaube, das ist ein neues Produkt. Ja, habe ich so vorher noch nicht gesehen, hat mich interessiert. Farbe könnte sehr gut passen. Mal schauen. Dann, achso, ich habe mir witzigerweise wirklich die L2 und nicht die L1 bestellt. Es ist Sommer, ihr merkt das. Dann habe ich ja auch noch Lippenprodukte von Be Perfect gesehen. Die Lip Library, also die Lippenbibliothek. Da habe ich den Creamy Liner in der Farbe Romans. Das ist halt auch wieder so eine super gefällige Farbe, so ein klassischer Nude-Ton. Und hier haben wir halt kein Holzstift zum anspitzen, sondern so einen Plastikstift. Mag nicht jeder, ne? Also die meisten mögen es, glaube ich, wenn man halt diese herausdrehbaren hat. Also ich persönlich mag das eigentlich auch am liebsten. Aber wenn du es anspitzen kannst, ist es meistens halt noch ein Stück weit weniger spackig im Laufe der Zeit. Und es ist einfach hygienischer. Genauso habe ich mir dazu passend in der Farbnuance. The Classics Villain Infused with Jojoba-Öl. Ach, guck mal. Villain ist, glaube ich, wirklich die Farbe, oder? Naja, habe ich mir diesen Lippenstift bestellt. Fühlt sich sehr, sehr angenehm, sehr schwer an. Ja, Villain ist die Farbe. Witzig. Villain ist ja eigentlich Bösewicht, ne? Oh. Dann habe ich Bösewichtlippen. Boah, schön. Ja, ne? Das, also, riecht irgendwie interessant. Das ist halt irgendwie was, was... Das ist ein bisschen zitrisch. Bringe ich das jetzt irgendwie durcheinander mit meinem Parfum? Ich weiß es gerade nicht. Huch, es ist auf jeden Fall nicht matt-matt. Da sieht man auf jeden Fall noch so eine creamy Geschichte, ne? Und sehr, sehr deckend. Ich bin jetzt nur einmal so drüber gewischt. Es hat auch ein bisschen was Fruchtiges. Also es riecht sehr, sehr interessant. Aber jetzt nicht so Bäm. Muss ich echt mal auf den Lippen sehen. Und schließt magnetisch. Ha, das mag ich. Dann habe ich mir noch einen Augenbrauenstift von NYX bestellt. Die hauen jetzt ja wirklich alle Neuheiten raus, ne? Wenn die diese Neuheiten auch nur ansatzweise mal in den Adventskalender reingebracht hätten, würden sich wahrscheinlich auch viele freuen. Haben sie wohl irgendwie vergessen, dass sie noch andere Produkte als Lippenprodukte haben. Naja, auf jeden Fall habe ich in der Farbe Blond hier einen Powder Lauder Brow Pencil. Ich meine sogar, dass ich euch den letztens mal in einem Video gezeigt habe. Ne, habe ich nicht. Der ist unbenutzt. Hä? Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, ob das auch farbtechnisch passt, ne? Wir haben hier einen nicen Spoolie mit dabei. Genau. Und halt einen anspitzbaren Stift, was ich bei Augenbrauenstiften auch eigentlich ganz gut finde. Wo habe ich mir das bestellt? Ich weiß es nicht. Ich habe es dann irgendwie immer mal wieder dann auch hier in meinen Körbchen getan. Naja. Von Huda Beauty habe ich mir in der Farbe Foxy einen Faux Filler Extra Shine Lip Gloss bestellt. Das ist einmal dieser hier. Und irgendwie ist das hier mit den Lippenfarben relativ eintönig, Claudi. Kannst du nicht vielleicht doch mal irgendwie zwischenzeitlichen Grün oder so kaufen? Ich weiß ja nicht. Das ist ja sauvitzig. Habe ich echt nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich hier im Prinzip mir Fifty Shades of Nude bestellt habe. Habe ich total schlau gemacht, ne? Naja. Auf jeden Fall habe ich ihn hier. Und ja. Das ist halt so ein Lip Gloss. Der riecht auch ein bisschen süßlich. Aber ein bisschen chemisch. Das ist echt witzig. Hat der Prickeln? Mache ich den jetzt einfach drüber? Komm. Viel hilft viel. Sehr, sehr glossy. Macht das mal nur mit den Lippen. Und auch dann nach außen hin? Schwer. Akrobatik hier. Da muss ich nochmal kurz nachhelfen. Gibt auf jeden Fall einen sehr schönen glossigen Effekt. Ich mag Gloss gerne auf den Lippen. Ich mag ja lieber glänzende Lippen als matte Lippen. Außer bei meinen Adventskalender-Unboxings. Da finde ich es einfach praktischer. Weil ich dann halt nicht irgendwie... Ich trinke ja immer wieder zwischendurch, ne? Dann stempelt das nicht ab. Und wenn ich mit den von LH drauf mache, in der Farbe Orange Red habe ich den ja in Anwendung, dann hält der auch wirklich stundenlang. Und ich kann zwischenzeitlich essen, trinken und alles mögliche. Ich finde den schön, aber braucht man einen Lipgloss in dem Preissegment? Weiß ich nicht. Ich finde den auf jeden Fall hübsch, ne? Eine Foundation, die ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren wollte, ist hier von Wet n Wild, die Bare Focus Niacinamid Skin Tint Sache mit Hyaluronsäure Peony Extract. Also irgendeine Blume ist da mit dabei. Fair Claire habe ich mir bestellt. Und das schaut einmal so aus. Habe ich das vielleicht im Busy Shop bestellt? Möglicherweise. So schaut das aus. Habe ich noch nicht ausprobiert. Habe ich schon ein paar Reviews zugesehen, die nicht ganz so bombastisch waren. Habe ich auch noch gar nicht irgendwie in deutschen Drogerien gesehen. Auch nicht irgendwie online oder so. Ganz crazy. Und die habe ich aber definitiv mir bei Purish gekauft. Und zwar ist es hier von Glam Light die Hershey's Kisses Cookies & Cream Palette. Denn ich habe die schon in einer neutralen Variante. Und hier habe ich mir jetzt einfach nochmal die in Blau bestellt. Irgendeine meiner Kolleginnen hat die auf jeden Fall schon mal verwendet. Ich fand das ja so schön, ne? Und ich finde auch, dass Glam Light richtig geniale Töne hat. Schade, dass hier wirklich nur zwei Schimmertöne drin sind. Aber ich glaube, die haben es drauf. Auch die wird ausprobiert. Ich habe allerhand offensichtlich vor mir, was demnächst noch alles so getestet werden möchte und auf meine Augen, auf mein Gesicht kommt. Freut euch natürlich auch in der Adventskalenderzeit auf Schmink-Content, ne? Da geht die Party ab. Gar keine Frage. Ja, denkt auf jeden Fall dran, in der Infobox vorbeizugucken, falls ihr hier vielleicht ein bisschen auch überfordert gewesen sein könntet bei den ganzen Rabattcodes und den ganzen Produkten und so weiter. Da habe ich euch nochmal in Ruhe alles in der Infobox aufgeführt. Und ja, denkt an die Verlosung. Das steht auch noch in der Infobox. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen dein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.